Jo, wir sind wieder da, Bros und Sisters, und es geht weiter mit Mission 2, Brandy Year, Starcraft 2, Heart of the Swarm, und so weiter und so fort. Forschungsstation EP 103, 5.41 Uhr, Ortszeit. Das war's nicht, du, Sarah. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und verschwinden von hier. Ich ziehe mich um, und wir treffen uns in einer Stunde hier. Okay, das klingt gut. Mein Rachter ist startklar, und wir können loslegen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Sehr schön, das freut mich natürlich. Andererseits haben wir ein kleines Problemchen. Ich hab die Grafik noch nicht hochgestellt. Verdammt, das fällt mir jetzt gerade auf. Das wird sich mit Part 3 anderen versprochen. Forschungsstation 6.36 Uhr, Ortszeit. Oh, was ist hier los? Oh, oh. Das stinkt nach Ärger. Achtung, Liga-Streitkräfte im Sektor 3, 4 und 6. Sarah. Vollständige Evakuierung erforderlich. Nova hier. Beginnt die Suche. Hindet Kerrigan. Team Bravo verstanden. Sarah. 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 No. Das Töten wird niemals enden. Solange Minsk lebt. Ich werde ihn bösen lassen. Schluss damit. Reiß dich zusammen, Liebling. Team Bravo, meldet euch. Hört ihr nicht, Bravo. Alle Einheiten, Schritt zu 6. Los, los, los. Wir müssen los. Es ist lange her. Das ist wie Radfahren. Ach, zuckersüß. Zuckersüß. Wie Radfahren. Dann wollen wir mal sehen, was die beiden können. Ach, Zucker. So, wir werden wahrscheinlich jetzt beide steuern müssen, wenn mich nicht alles täuscht. Ach, ich bin schon richtig alt geworden hier. Ach, Rückenschmerzen. Zucker. Es geht los. Jim, können Sie mich hören? Wir hören dich. Kerrigan. Kerrigan. Es freut mich, dass Sie am Leben sind. Wir sind von Ihnen abgeschmitten. Sie müssen sich durch das Labor zur Bahn kämpfen, um zu Jims Frachter zu gelangen. Alles klar, Junior. Wir kommen zurecht. Ja, klar, kommt ihr zurecht. Ihr seid Jim Rayner und Kerrigan. Ach, ich kann nur... Ja, kann ja... Ja, gut. Kann ich halt nur Kerrigan steuern? In Bewegung. In Bewegung. Ja. Da ist ein Maradeur. Ich setze ihn mit einer kinetischen Welle außer Gefecht. Gegner von rechts. So leicht nach so wie nicht der Mann. Ich bin eine Einfrauarmee. Eine Einfrauarmee. Ihr Rücken aus. Roger. Einsatzkommando der Liga. Helft uns, sie auszuschalten. Allee. Ganz Zucker. Ganz großes Zucker, was ich hier spiele. Wir müssen zurück. Ja, ja. Holen wir uns aber erstmal dieses Wiederherstellungs-Aufladungs-Dings da. Rainer, Kerrigan. Diese erste Hilfestation wird euch heilen und einen Teil eurer Energie wiederherstellen. Viel Glück. Ich verschwinde von hier. Scheint, als ob dieses Teil keinen Saft mehr. Die Marines stehen ganz schön nah beieinander. Ich kann sie bestimmt mit Sequential-Ergriff ausschalten. Ich wähle eine Einfrau. Ach, Zucker, was wir hier machen. Der Weg ist frei. Los! Q und W. Weiter Einsatzkommandos der Liga. Schau hoch! Wo wollen denn die Umoyana hin? Vergiss sie. Wir müssen weiter. Na klar. Jetzt macht sie fertig, komm. Naja, wir gehen ja schon. Wir rücken aus. Verstanden. Wir sind fast bei der Bahn angelangt. Sie wird uns direkt zum Shuttle-Hangar bringen. Der Korridor ist blockiert. Ihr müsst euch durch die Unterebene schlagen, um die Bahn zu erreichen. Was? Sicher. Durch die Unterebene, alles klar. Kein Stress. Valerian, bitte melden. Der Hauptkorridor ist blockiert. Kannst du die Seitentür A12 öffnen? Ja, kann ich. Aber seien Sie vorsichtig, wenn die Angriffe die zerren, dass in den Käfigen entkommen. Ja, ich kann sie hier unten spüren. Aber ich denke nicht, dass ich sie wieder kontrollieren sollte. Darum werde ich dich nicht bitten. Wir kümmern uns darum. Die Tür öffnet sich in 3, 2, 1. So viele Zandlinge. Oh, Bärslinge, die machen Schaden. Ich kriege ganz schön viel ab. Oh, war das heftig. Das hätte sie wohl gern, aber... Gehe voran. Es gibt Arbeit. Sie versuchen uns einzuschließen. Komm schon, Schatz. Wir müssen es durch diese Türen schaffen. Ja, was ist denn das? Ja, was ist denn das? Aber hallo hier. Ganz schön viel. Gar kein Micro von mir vorhanden. Gehe voran. Gehe voran. Boah, boah, boah. Scheiße, ich hab kein Micro. Ja, hab verstanden. Kann man hier nicht irgendwo heilen? In Bewegung. Es ist nicht verstanden. Gab's hier nicht irgendwas heilendes? Es ist schon... Ja, ja, Kerrigan. Das hier erinnert mich an früher. Ich hab mehr graue Strähnen im Haar. Und ich habe mehr Zerk im Haar. Ja, wir haben es geschafft. Ach, Zucker. Diesmal habe ich die Fertigkeiten richtig gut. Wir sind bereit, den Bereich zu versiegeln. Verstanden. Roger. Gehe voran. Nicht an. Uff. Ein Ultralisk. Lasst uns mal sehen, wie ihm die kinetische Welle gefällt. Arbeit. Er hat uns den Weg freigemacht. Ultralisken. Wir machen den Weg. Das ist für eine Sauerreihe. Wir haben zusammen schon Schlimmeres überstanden. Sieh da fast. Kerrigan und Rainer identifiziert. Roger. Mein Gott, Sarah. Wie viele Zerklinge hast du erschaffen? Hm. Hm. Ja, vielleicht habe ich leicht übertrieben. Leicht. Gehe voran. Selbst ein Ultralisken hochheben. Geil. Seid es in den Reifen. Dieser Bereich ist beinahe abgeriegelt. Ihr müsst die Sicherheits- Ja, ja. Sicher. Wir haben es geschafft. Überrascht dich das? Weiter. Es trennt sie nur noch eine Tür von der Bahnstation. Wir rufen aus. Es gibt aber... Im nächsten Raum spüre ich eine deutliche Präsenz der Liga. Aha. Scheint mir ein harter Kampf zu werden. Sie halten darin Zeit gefangen. Wir können diese Konsole benutzen, um sie zu befreien. Oder wir können damit die Gasverteidigung aktivieren. Also wenn wir die Gasverteidigung aktivieren, dann gehen die Dinger hier nicht put. Deswegen... Was zum Teufel? Wer hat die Käfig geöffnet? Kein Stress. Das macht sie alle tot. Da werden wir halt jetzt die Zerk zum erledigen. Besser als vorher. Los! Vorrat. Leute vor. Ihr Rücken aus. Verstanden. Verstanden. Roger. Sicher. Jawoll. Dieser Bereich ist schon fast abgeriegelt. Los! Los! Ja, wir sind ja schon da, Joe. Es gibt aber. So, gleich kommst du mir nicht davon. Wir haben es geschafft. Die Bahn fährt gleich los. Wir haben es geschafft. Brücke vor. Jim, wir sind auf dem Rückzug. Ich bin unterwegs zur Hyperion. Alles klar, Valerian. Sag Bescheid, wenn du auf der Brücke bist. Nur noch du und ich, Jim. Bewegung. Kein Stress, Leute. Ach so. Na gut, dann müssen wir ein Minimap machen. Hier. Irgendwo werden die schon auftauchen. Oh ja. Verstanden. Wir rücken aus. Mach sie nieder. Verstanden. Sicher. Kein Stress. Ach, ganz locker gemacht. Ganz locker. Ganz locker. Aber wir brauchen Energie. Du kriegst keinen unserer Motoren. Oh oh. Alter, die sind aber ganz schön hartnäckig. Die Burschen. Yes. Okay. Okay. Was ist das? So. Okay, da kommen sie von hinten. Les. Alles klärchen, Bärchen. So, jetzt haben wir noch ein paar. Ah ja. Ja, übertreibt's halt. Ja. Macht euch mal nicht ins Hemd, Leute, wir sind da. Alles klärchen. Alles klärchen, Bärchen. Gehe voran. In Bewegung. Stillhaltig. Rechen voran. Verstanden. Roger. Komm ein. Verstanden. Komm. In Bewegung. Hier sieht's ja aus wie... Erzengel in Position. Ich hab den Shuttle-Hangar gesichert. An alle Streitkräfte der Liga. Vorwinden. Jim, der Erzengel verstört uns den Weg zum Shuttle. Jim. Verdammt. Sarah, ich finde einen anderen Weg zu dir. Beeil dich besser, oder ich leg das Ding hier alleine rum. Ja, das musst du sowieso, meine süße Maus. Angriff wird ausgeführt. Gehe voran. Geh zuvor. Roger. Lange an. Lange an. Lange an. Uff. 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 Ja, ja. Die sind so hohl. Ja, ja. Du bist... Top. Kerrigan. Du bist echt... Hier bietet sich eine kinetische Welle an. Arbeit. Hör zuvor. Wie bitte? Lande Kapseln im Anzug. Es gibt Arme. Ja. Ja. Stillhalten. Ja. Äh... Kein Stress. Wo landet der? Boah. War ein Zuckerangriff von mir. Vorat. 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 Verstanden. Du bist... Es gibt Arbeit. So, dann können wir uns gleich mal hier direkt unser Midi-Pack holen. Ja. Und das war's. Roger. In Bewege. Ah, Zucker. Aber das ist ja wohl klar, dass er nicht stirbt. So, meine Freunde, ich hoffe, wir sind immer noch da, wo wir aufgehört haben und ich hoffe, meine letzte Aufnahme hat da aufgehört, wo wir aufgehört haben, denn, naja, mein Starcraft ist einfach komplett abgeschmiert und ich wusste einfach nicht mehr, was los ist und ich hatte so Angst, dass ich nochmal neu anfangen muss und vielleicht muss ich das ja auch und ich hab so Angst. Bitte lasst es mich kaputt gegangen sein, bitte, ich hab so Angst, bitte, bitte, ich hab Angst. Ja, ich sag euch jetzt, was passiert. Wir müssen den Erzengel killen, naja. Wie schwer das auch zu erwarten ist, ne? Einfach angreifen, komm. No, Zucker. Das war nicht clever von mir und auch nicht clever von denen da einfach... Die KI ist etwas hohler, als ich dachte. Ja, ja, die bietet sich die ganze Zeit schon an. Und ich schick ja auch die ganze Zeit einer ab, also so ist nicht. Ah ja, aber immerhin müssen wir nur diesen Kampf wiederholen. Ja, wo denn? Ah, hier. Ja, ja, kein Stress. Erstmal Energie aufladen wieder und dann den Erzengel zerlegen. Ganz leicht. Ja, ja, Kerrigan, das haben wir schon. Das haben wir schon so oft von dir gehört, dass du eine Einfrau-Army bist. Ach, Zucker, was wir jetzt hier erreicht haben. Ganz easy peasy. Gemein. Beeil dich, Jim. Ich glaube, es kommt noch eine weitere Welle. Sarah, ich komme nicht durch. Nimm mein Schiff und hau ab. Wir haben uns gerade erst wiedergefunden. Ich lasse dich nicht zurück. Rainer, Kerrigan, ich bin auf der Hyperion. Wir nehmen Kurs auf den Treffpunkt. Wie sieht es bei Ihnen aus? Kerrigan nimmt meinen Frachter. Ich brauche ein Taxi. Verstanden. Ich schicke Ihnen ein Team. Vermussel es nicht, Valerian. Kerrigan, wir sehen uns am Treffpunkt und... Es tut mir leid, dass ich nicht früher auf Sie gehört habe. Es ist zu spät für Entschuldigungen, Valerian. Jim, ich nehme dein Schiff, aber wenn du stirbst, bekommst du Ärger mit mir. Zur Kenntnis genommen. Jim, Verstärkung der Liga trifft ein. Die Hyperion steht unter schwerem Beschuss und mein Team kommt nicht zu Ihnen durch. Verstanden. Ich schaffe die Hyperion zum Treffpunkt. Ich suche mir einen anderen Weg vom Planeten. Wir sehen uns dort. Nova. Sieh an, sieh an. Jim Rayner. Wenn du mir bei meinem Problem mit Tosh geholfen hättest, könnte ich ein Auge zudrücken und dich entkommen lassen. Aber du hast damals eine schlechte Wahl getroffen. Alles klar, Mädel. Dann zeig doch mal, was du drauf hast. Aber wir haben ihr doch eigentlich geholfen. Verstehe ich nicht. Motoren verloren. 0 von 6. Schließen sie auf dem Schwierige Sinn, ohne dass Kerrigan Schaden durch den Erzengel erleidet. Haben wir Schaden erleide? Ne, eigentlich ja nicht. Ah, egal. Next Mission. Hm.